Willkommen zu meinem Review-Video über die TRESKO Infrarotheizung Standgerät 1000W. In diesem Video werde ich Ihnen eine umfassende Analyse der Produktmerkmale und Funktionalitäten geben, Vergleiche mit ähnlichen Produkten ziehen, Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren und einen starken und überzeugenden Abschluss liefern, der Ihnen zeigt, wie Sie von diesem Produkt profitieren können. Lassen Sie uns direkt mit den Produkt-Highlights beginnen. Diese Infrarotheizung bietet eine Temperaturwahl von 5 bis 50 Grad Celsius, ein Thermostat zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Temperatur, einen 24-Stunden-Timer-Modus, Tragefüße für leichten Transport, hochwertiges Sicherheitsglas, eine inkludierte Wandhalterung und einen lautlosen Betrieb. Darüber hinaus verfügt sie über einen Überhitzungsschutz, Aluminiumgehäuse, eine gleichmäßige Wärmeverteilung, einen On-Off-Schalter mit analogem Display, eine perforierte Metallrückseite, eine Kindersicherung und einen Heiz- und Frostmodus. Technisch gesehen besteht die Infrarotheizung aus Glas, Aluminium und Kunststoff. Sie hat eine Spannung von AC 220 bis 240 V und eine Frequenz von 50 Hertz. Die Abmessungen der 1000W-Variante betragen 87,5 cm in der Breite, 24 cm in der Tiefe mit Füßen, 5 cm in der Tiefe ohne Füße und 47,5 cm in der Höhe. Das mitgelieferte Kabel ist 152 cm lang. Jetzt kommen wir zu den Anwendungsbereichen. Diese Infrarotheizung eignet sich perfekt für den Innenraum, kann als Standgerät, an der Wand oder an der Decke verwendet werden. Die vielseitige Nutzungsmöglichkeit macht Sie zu einer großartigen Option für jeden Raum in Ihrem Zuhause. Was sind die Merkmale, die diese Infrarotheizung von anderen Produkten abheben? Nun, sie erwärmt sich dank des Aluminium-Heizelements innerhalb weniger Sekunden, was für eine optimale Wärme und Gemütlichkeit sorgt. Die Reflektorwirkung sorgt zusätzlich für eine gerichtete Wärmeentwicklung in alle Richtungen. Sie können diese Heizung individuell einstellen, da sie über eine Timer-Funktion, Kindersicherung, Überhitzungsschutz und einen Frost- und Heizmodus verfügt. Die Heizung kann über einen seitlichen On-Off-Schalter bedient werden und die mitgelieferte Wandhalterung ermöglicht eine einfache Montage. Was sagen die Kunden über diese Infrarotheizung? Michaela Schönau gibt eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen und sagt, dass sie ideal ist, wenn die normale Heizung ausfällt. Joachim gibt ebenfalls 4,0 von 5 Sternen und sagt, dass die Lieferung gut war und die Ware in Ordnung ist, aber er die Wärme noch nicht getestet hat. Rhein gibt eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen und sagt, dass es eine gute Heizung ist. RL gibt jedoch eine Bewertung von 2,0 von 5 Sternen und erklärt, dass es sich nicht um eine echte Infrarotheizung handelt und die Strahlungswärme kaum spürbar ist. Adina Hauska gibt 4,0 von 5 Sternen und nennt als einziges Manko, dass das Einschalten kompliziert ist. Vanessa gibt 3,0 von 5 Sternen und sagt, dass die Heizung nach ein paar Monaten nicht mehr funktioniert. Martin Gerlach gibt 4,0 von 5 Sternen und sagt, dass die 1000W-Leistung ausreichen, um ein kleines Badezimmer schön warm zu machen. Dirk S. gibt jedoch 2,0 von 5 Sternen und erklärt, dass die Infrarotheizung keine Wärme abstrahlt. Die durchschnittliche Bewertung für diese Infrarotheizung liegt bei 3,7 von 5 Sternen, basierend auf insgesamt 99 Sternebewertungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die TRESKO Infrarotheizung Standgerät 1000W eine Leistungsstärke und vielseitige Heizung ist, die Ihnen behagliche Wärme im Innenraum bietet. Mit ihren zahlreichen Funktionen und Merkmalen können Sie die Temperatur individuell einstellen und die Heizung nach Ihren Bedürfnissen nutzen. Obwohl es einige negative Bewertungen gibt, scheint die Mehrheit der Kunden mit diesem Produkt zufrieden zu sein. Wenn Sie auf der Suche nach einer effizienten und benutzerfreundlichen Heizung sind, könnte die TRESKO Infrarotheizung Standgerät 1000W die richtige Wahl für Sie sein. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie mich dabei, weitere hochwertige Inhalte zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.